Nur aber mal ran an die Buletten. Wir sind Hamburger. H-A-M-B-E-R-G-E-R. Hamburger. Der Großmarkt für Gastronomie und Handel. Bei uns treffen sich Imbissbudenbesitzer, Kantinenköche, Restaurantbetreiber und die Küchenchefs der Luxushotels. Wir sind ein Familienbetrieb mit Vergangenheit. 1911 noch mit Pferdekutschen liefern wir nunmehr seit über 100 Jahren die Waren an unsere Kunden und heißen sie seit über 50 Jahren in unserem Großmarkt zur Abholung willkommen. Von Profis ausschließlich für Profis und immer im Dienste der Gastronomie. Ob Schweinenacken, Forelle oder Bonnottkartoffel, ob Seeteufelleber, Odessa, Tomate oder Schlangenfleisch, ob Papageifisch, Matsutakepilz oder Wagyu-Filet, um das Angebot in unserem Abholmarkt ranken sich Legenden. 2 Straßen Nudeln, 75 laufende Meter Öl, über 1000 Sorten Käse. Bei uns sollen Kunden schon verloren gegangen sein. Kein Wunder, auf einer Fläche, die so groß ist wie 2 Fußballfelder, haben wir unsere Produktpalette auf sie abgestimmt. Wir übertreiben? Nein, absolut nicht. Über 60.000 Artikel brauchen nun mal ihren Platz. Vor allem, wenn man zu jedem Topf auch noch den passenden Deckel im Sortiment hat. Denn unsere Non-Food-Gastroabteilung bietet alles, was das Gastronomenherz begehrt. Da sollte auch für Sie das Richtige dabei sein. Und wenn nicht? Kein Problem. Denn mit unserer langjährigen Erfahrung besorgen wir Ihnen alles, aus jedem Winkel der Erde. Haben wir nicht, kennen wir nicht. Recherchieren, telefonieren, Kontakte nutzen. Unser Lieferantennetzwerk ist handverlesen. Ständig optimieren wir unser Angebot durch weltweites Foodscouting und eine eigene Importgesellschaft. Und wenn es um Frisch und Qualität unserer Waren geht, mag Vertrauen ja gut sein, aber Kontrolle ist eben besser. Deshalb machen wir dabei keine Kompromisse. Mit vollautomatisierter Temperaturmessung, produktindividuellen Temperaturzonen, drei verschiedenen Temperaturregelungen, allein in der Obst- und Gemüseabteilung und vielem mehr, setzen wir neue Maßstäbe im Industriestandard. Überzeugen Sie sich selbst. Wir bringen unsere Erfahrung und Leidenschaft in der Gastronomie nun auch nach Berlin. Denn in der Hauptstadt der Currywurst wächst das Bedürfnis nach mehr. Mehr Frische, mehr Innovation, mehr Service. In Moabit haben wir den idealen Standort für unseren Abholmarkt gefunden. Nicht weit vom Zentrum entfernt. Dort können Sie uns schnell erreichen. Und wenn mal keine Zeit besteht, bringen wir die Bestellung natürlich auch zuverlässig zu Ihnen. Einfach alles nach Ihren Wünschen. Und das mitten in Berlin. Hamburger.